So, und damit heiße ich euch ganz herzlich willkommen zu meiner ersten Folge vom Fernbus-Simulator. Wir werden jetzt gleich auch ein neues Spiel starten. So, hier im Karrieremodus müssen wir uns zuerst eine neue Linie erstellen. Und wir starten in München und fahren nach Augsburg. Die Routennummer ist die 01. Wir speichern das Ganze und gehen auf Weiter. Das hier ist unser Bus, ein MAN Lions Coach. Wir fahren am 27.09.2017 um 10 Uhr. Wetter ist dynamisch. Und ich würde sagen, bis der geladen hat, melde ich mich dann gleich wieder. So, und dann melde ich mich auch schon wieder zurück. Das Spiel hat fertig geladen und wir befinden uns am Depot in München, da hier steht unser Bus. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal hin, machen die vordere Türe auf, dann steigen wir ein. So sieht der Bus von innen aus. Das hier ist unser Fahrer-Upside, wir setzen uns hin, werden mal die Elektrik anschalten und werden mal die vordere Tür zumachen, damit es nicht so laut ist. So, dann starten wir, ah, die Zielanzeige einstellen. Dann Motor anmachen. So, dann fahre ich den Fahrer-Monitor aus. Genau, den Fahrer-Monitor ein, damit die wissen, wann wir denn fahren müssen. Dann machen wir noch die... Okay, so. Dann mache ich immer noch gerne Standlicht an. Mit Öl machen wir die Klimaanlage an, dann legen wir Gang ein, lösen die Feststellbremse und fahren los zu unserer Stadthaltestelle. So. Da sehen wir vorne, sehen wir den Olympiaturm. So, dann... ... ... ... ... ... So, Und jetzt müssen wir warten, bis die Ampel uns grün gewährt, dass wir weiterfahren dürfen. Und zwar jetzt. Und da ist unser links unten oder rechts unten ist das Navi zu sehen und das zeigt uns genau an, wo wir hinfahren müssen. So, machen wir mal die Feststellbremse rein. Und jetzt sind wir schon am Münchner ZOB jetzt. Jups. Jetzt müssen wir einmal hier den Kringel fahren. Jups. Und da stehen unsere Fahrgäste. Jetzt machen wir gerade... Dann machen wir noch die WLAN an. WC. So. Passt. So. Und jetzt würde ich sagen... Hallo. So, jetzt checken wir mal hier die Leute ein. Wäre schon praktisch, wenn ich mein Gepäck nicht in den Bus nehmen müsste. Entschuldigung. Entschuldigung. Moment. So, jetzt. Mahlzeit, bitte sehr. Danke. Jetzt müssen wir uns hier erstmal einloggen. München nach Augsburg. Danke. Bitteschuld. Und der Nächste. Hallo. Fahren Sie in meine Richtung? Ja. Auf geht's. Und der Nächste. Ich hoffe, ich bin hier richtig. Ja. Ciao. Hi. Das Ticket. Bitte schwer freundlich. Ja. Für Sie bitte sehr. Danke sehr. Ja. Mahlzeit. Mein Ticket. Vielen Dank. Geht auch. Hallo. Das Ticket. Auf geht's. Auf geht's. Geht auch. Mahlzeit. Bin ich hier richtig? Danke sehr. Ciao. Fahren Sie in meine Richtung? Cool. Ja. Salut. Das Ticket. Bitteschön. Nach Wiesbaden fahren wir nicht. So ein Mist. Ciao. Sie wollen bestimmt mein Ticket sehen. Ciao. Ja. Grüezi. Hier ist mein Ticket. Ja. Hallo. Ich hoffe, ich bin hier richtig. Ciao. Ich suche mir gerade eine neue Verbindung. Ah, okay. Hi. Sie wollen bestimmt mein Ticket sehen. Sehr freundlich. Yo. Ciao. Das Ticket. Bitteschön. Ciao. Yo. So. Außer der Dame, die nicht mitfahren will. Schauen wir mal auf unser Ding. Check in. Ausstehen haben wir keiner mehr. Passt. Hammer alles. Fahrt starten. Machen wir mal den Bus. Jetzt mache ich gerade noch ein Bild fürs Let's Play. Jetzt machen wir mal die Klappe wieder zu. Hä? So. Machen wir mal die Tür zu. Da sitzen jetzt meine ganzen Fahrgäste. Hinsetzen. Motor starten. Ah. Ich habe noch was vergessen. Jetzt muss ich nochmal gerade in die Einstellungen. Steuerung. Ich habe nämlich die Blinker vertauscht. Die Blinker habe ich vertauscht. So. Jetzt aber. So. Dann. Gang einlegen. Fächer, Bremse los. Blinker links. Auf geht's. Meine sehr geehrte Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich an Bord unseres Flixbusses und wünsche Ihnen eine angenehme Fahrt. Unser nächster Halt ist Augsburg. Jetzt müssen wir warten. Hup ich mal. So. Machen Sie nach der Demei. Hier kann man nochmal unseren Bus von außen sehen. Hier kann man einen Bus von außen sehen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Und es geht weiter Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, wir dürfen direkt weiter, sehr nett Ampel Wir müssen uns immer an die Geschwindigkeitsbegrenzung halten Jetzt müssen wir hier auf die Klinkelspur Und wieder Halt Und wieder Und wir dürfen weiter Und wieder Und da vorne fahren wir jetzt auf die Autobahn Und da vorne fahren wir jetzt auf die Klinkelspur Und wir dürfen jetzt auf 100 kmh hochbeschleunigen Jetzt mache ich den Tempomaten rein Einmal hier auf die linke Spur Und da vorne fahren wir jetzt auf die Klinkelspur Und dann schau mal an die Klinkelspur Und hier gehen wir jetzt auf die Klinkelspur ein KI-Problem hier. Und so fahren wir dahin. Und so fahren wir. Wir sind noch 39 km. Und so fahren wir mit. 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 zum Busbahnhof, zum ZOB. Und wieder rote Ampelle. Und jetzt müssen wir einmal rechts herum. Und da seht ihr schon der Augsburger ZOB. Wir fahren viel zu schnell, viel zu schnell. Überpünktlich, das ist ja kaum zu glauben. Sehen Sie mal. Das ist nochmal unser Bus. Und jetzt müssen wir uns noch auslocken. Jetzt bekommen wir noch die Auswertung. Wir haben alles richtig gemacht. Perfekt. Und jetzt... Und mit diesem Bild verabschiede ich mich von euch. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.